Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren auf RohstoffTV zum Mining News Flash mit Maxilver, Tudor Gold, Taraji Gold und Kondor Gold. Maxilver gab die Quartalsproduktion aus dem Untertageerschließungsmaterial aus dem Juanasipio-Projekt, das zu 56,44% zwischen Fresnillo und Maxilver gehalten wird, bekannt. Wie der Projektbetreiber Fresnillo an Max meldete, wurden per 31. März 2021 gut 36.400 Tonnen an Erschließungsmaterial verarbeitet. Auf einer 100%-Basis belief sich die Gesamtproduktion basierender vorläufigen Schätzungen vor Liquidationsanpassungen aus dem Vorquartal auf 462.321 Unzen Silber und 697 Unzen Gold. Maxilver sind dabei 203.421 Unzen Silber und 307 Unzen Gold zuzurechnen. Die zugehörige Blei- und Zinkproduktion wird mit den Unterlagen von MEC für das erste Quartal gemeldet. Das Erschließungsmaterial wird in der nahegelegenen Aufbereitungsanlage von Fresnillo verarbeitet. Die Bleisilberhaltigen sowie die Zinkkonzentrate werden im Rahmen von Abnahmeverenbarungen mit Mad Max Peñoles in Mexiko zu Marktbedingungen verarbeitet. Die Einnahmen aus dieser Produktion abzüglich der Verarbeitungs- und Behandlungskosten werden vom Joint Venture verwendet, um den anfänglichen Kapitalbedarf des Projekts auszugleichen. Seit Anfang August 2020 wurden etwa 108.000 Tonnen Erschließungsmaterial in der Fresnillo-Anlage erfolgreich gemahlen und damit Cashflow generiert, der dazu beiträgt, die Investitionskosten auszugleichen, wertvolle metallurgische Erkenntnisse zu gewinnen und Vertrauen in die hohen Gehalte in den Abbaustätten zu schaffen, die es dann zu heben gilt, wenn die volle Minenproduktion startet. Wir finden dies sehr gut, da man in der Trainingsphase alles durchtesten kann, gröbere Fehler vermeiden kann, um nachher mit Vollgas in die kommerzielle Produktion zu wechseln. Wo bekommt man schon noch Geld raus, wenn man eine Mine aufbaut? Wir sehen Max Silver sehr positiv und vergeben ein längerfristiges Kursziel von mindestens 44 kanadischen Dollar. Die Projekterschließung und der Bau der Aufbereitungsanlage Juana Sipio machen vor Ort gute Fortschritte, wobei die Anlage laut Fresnillo, dem Betreiber, weiterhin im vierten Quartal 2021 in Betrieb gehen soll. Ohne Scheiß, wir können es kaum erwarten. Tudor Gold konnte erfolgreich eine nicht vermittelte Privatplatzierung über eine Million Flow-Through-Stammaktien zu 3,60 Dollar pro Flow-Through-Aktie und zwei Millionen Non-Flow-Through-Stammaktien zu 3 kanadischen Dollar für insgesamt 9,6 Millionen kanadische Dollar mit dem Joint Venture-Partner des Unternehmens Teuton Resources abschließen. Diese große Kapitalbeteiligung von Teuton, dem 20-prozentigen Joint Venture-Partner an Treaty Creek, ist eine sehr starke Bestätigung sowohl für Tudor Gold als auch für das Treaty Creek Project und zeigt das große Vertrauen ins Projekt. Damit steht ein tolles Explorationsvorgang und der weiteren Entwicklung dieses Jahr nichts mehr im Wege. Der Kurs hat noch deutlich Luft nach oben, denn in der Point-and-Figure-Analyse kamen wir im ersten Anlauf bereits auf 5 kanadische Dollar und 75 Cent. Der Kurs wurde aber im Bereich 4,5 kanadische Dollar abgefangen, was eine Wahnsinns-Performance trotzdem ergab. Nun nimmt der Kurs einen zweiten Anlauf und wenn unsere Analyse im Gold stimmt mit 2.400 Dollar pro Uns in den nächsten 6 bis 12 Monaten, dann dürften hier Kurse um 7 kanadische Dollar drin sein. Also Augen auf beim Aktienkauf. Tarachi Gold gab den aktuellen Stand zu den laufenden Bohrungen auf dem Projektportfolio in Mexiko bekannt. Das Unternehmen bohrt aktiv in Sonora auf dem Tarachi-Projekt mit im Goldgürtel Mulatos La India und auf dem Standort der zu 100% unternehmenseigenen Goldaufbereitungsanlage Magistral del Oro in Durango. In Sonora überprüft man weiterhin den Goldtrend Ladura Saragossa mittels Bohrungen und wird im Mai, Juni mit einer zweiten Phase der Diamantbohrung im goldhaltigen Präckzenschlot der Konzession San Javier beginnen. In Durango sind Geologen von Tarachi auf Magistral beschäftigt und überwachen im Rahmen der wirtschaftlichen Erstbewertung PEA durch AUSENKO Engineering ein Schneckenbohrprogramm auf den Halden von Magistral. Frühere Bohrungen im Wienengebiet Ladura lieferten mächtige, hochgradige Abschnitte mit über 20 Metern und über 5 Gramm Gold pro Tonne sowie 20,1 Meter mit über 4,5 Gramm Gold pro Tonne. Derzeit werden Bohrungen in größeren Abständen zur bekannten Mineralisierung in Ladura und nach Süden an der Kreuzung zweier mineralisierter Strukturen niedergebracht. Dieses Ziel ist weniger als 4 Kilometer von Alamas Golds Haufenlaugung Mulatos entfernt. Wir erwarten hier einen stetigen positiven Nachrichtenfluss, der sich dann auch auf den Aktienkurs positiv auswirken dürfte, wie bereits die letzten Tage gesehen. Kondorgold schloss Ergänzungsbohrungen in der Startergrobe La India ab und es liegen nun alle Testergebnisse für den Starttagebau Northern vor. Bohrungen in Abständen von 25 x 25 Metern an den beiden geplanten hochgradigen Starttagebaustätten bis zu 35 Meter tief wurde gebohrt, wurden jetzt durchgefüllt. Insgesamt 44 Diamantkernbohrlöcher über 2.290 Meter wurden innerhalb der Starttagebaustätten und direkt daneben gebohrt. Die Arbeiten umfassten Ergänzungsbohrungen zwischen den bereits bestehenden Diamantkernbohrlöchern sowie den Ersatz von 8 Reverse Circulation Bohrlöchern mit qualitativ hochwertigeren Diamantkernen. Weitere Bohrgeräte sind derzeit dabei die verbleibenden 1.142 Meter der RC-Bohrproben, die außerhalb der Startergruben aber innerhalb des Haupttagebaus La India liegen, mit Diamantbohrkernen nachzubohren. Etwa 600 Meter müssen noch gebohrt werden. Die Testergebnisse liegen für 29 der Bohrlöcher vor mit einem vollständigen Datensatz für die Startergrube Norsern und Daten für die ersten sechs Bohrlöcher der Startergrube Sorsern. Die bisher eingegangenen Bohrergebnisse unterstützen das Geologie-Modell, das in der Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzung sowie dem Minenplan verwendet wird und verleihen diesem ein höheres Vertrauensniveau. So konnten zum Beispiel 22,05 Meter mit 21,6 Meter wahrer Mächtigkeit und fast 6,5 Gramm Gold pro Tonne aus einer Bohrtiefe von nur 24,75 Metern einschließlich 15,35 Metern mit 15 Meter wahrer Mächtigkeit mit fast 8,7 Gramm Gold pro Tonne aus einer Bohrtiefe von nur 24,75 Metern abgetäuft werden. Ein weiteres Loch zeigte 16 Meter mit 5,3 Gramm Gold pro Tonne aus einer Bohrtiefe von rund nur 18 Metern. Es gibt noch mehr dieser tollen Ergebnisse und man darf nicht vergessen, meine Damen und Herren, wir reden hier über einen Tagebau, der ab der Oberfläche mineralisiert ist. Das dürfte der Ökonomie gewaltig Schub verleihen. Kondergold macht alles richtig und hat ein super Team rund um Marktschalt, dem CEO. La India dürfte eine sehr profitable Miete in naher Zukunft werden. Mein Team und oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.